naja vor die vereins bewährte vierte oder besser gut dass man erstmal die ki so ein bisschen hier wieder ein paar ründchen drehen 138 12 unsere zeit eben gerade das denke ich eigentlich auch dass ich das schaffen sollte die platz 1 35 7 schon da muss ich mich ja sogar anstrengen dann wollen wir mal rausgehen dann muss man ja sogar ernsthaft noch anstrengen richtig damit warum fahren die auf einmal 1 35er zeiten hier damit habe ich jetzt einmal gar nicht gerechnet dass die solche runden zeiten hier auf einmal fahren 1 35 7 hier mit meiner 1 38 1 sollte eigentlich auch drinnen sein 1 358 erste kubel war ganz okay war ein bisschen weit rausgekommen Ich stelle jetzt auch mal optimal erwischt hier. Hier kann man auch ein bisschen mehr Käse einsetzen und heraus beschleunigen. War es denn mal ein bisschen zu schnell in die Kurve hinein? Ah, die Kurve war nicht optimal, die war eindeutig nicht owa, da hab ich mich fast nur noch weggedreht bei. Boah, da trifft ich ja mehr um die Kurve, das ist ja fast schon Bruce Hamilton Style. Hauptsache das Auto fliegen lassen. Und jetzt sind wir bei 1,36, 8, ok, gut, damit hab ich jetzt persönlich nicht gerechnet, dass ich solche Zeit noch fahre. 1,36, 8, da sei gleich schon mal glatt, 1,8 Sekunden, 1,3 Sekunden schneller als das, was wir im Training gefahren sind. Und sie sind sogar nur knapp hinter Louis. Wollen wir sogar noch 1,35, 5 noch gefahren. Und wir sollten doch recht locker dabei sein. 10. Platz hier. Ja, 10. Platz. Platz. Jemand Adrien zu Tiers rausgeflogen, aber es war eigentlich auch schon zu erwarten, glaube ich. Naja, gut. Ah ne, normal war es dann mal, glaube ich, Bulmita rausgeflogen, aber diesmal war es Adrien zu Tiers. Qualifying 2. Hier in Südkorea. So. Äh, was haben wir denn hier so feines? Wir müssen jetzt, genau, wir müssen jetzt mal gucken, was die KI fährt. Gerade bei 1,35, 5. 1,35, 3, 1,35, 1. Die KI legt los, hier, wie die Feuerwehr. 1,35, 0. Und wir machen mal unsere Fliegen eine Runde hier wieder fleißig. So. 1,35, 0 fahren die. Dann will ich mal sehen, was hier mit dem weichen Reifen möglich ist. Da hatte ich nicht sogar hier irgendwie ein Jahr lang mal das Duell mit dem guten Saison, ne? Das war, naja, da habe ich das Heck schon so ein bisschen gespürt, dass es weg rutscht, eben gerade, aber da ist er nochmal gut gegangen. Ah, etwas zu schwit gebremst. Vielleicht hätte ich hier nochmal den Flügel aufmachen können. Das erste Sektor war nicht sehr gut. Da sind wir sogar hinter Glock. Ich denke mal jetzt im zweiten Sektor sollte es passen. Hoffe ich zumindest mal. 1,35, 0. Und wieder bricht das Heck hier leicht aus, weil ich ein bisschen zu früh Gas gebe. Achter Platz, wow. Ist ja nicht gerade sehr berauschend, die Runde. 1,36, 5, 5, 5. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel mich der erste Sektor gekostet hat. Aber eigentlich sollte das nicht zu viel da die Kurve gekostet haben, als ich ein bisschen weit rauskam. Da ist auf jeden Fall jetzt ein Fahrzeug. Das war ein Renault, der mich vorbeigelassen hat. Jetzt mal mit ein bisschen mehr Gefühl gefahren und sich wegdrehen. So kann es natürlich auch machen. Momentan Platz 8. Also ich werde es hier nachher noch mit einer Runde probieren. So, ich möchte die Reifen jetzt auch nicht zu überstrapazieren. Natürlich theoretisch gesehen könnte ich noch mal einen weichen Reifensatz fahren, und da ist ja morgen eh wie so regnen soll. Aber man weiß ja nie. Oh, jetzt bereiten wir uns mal hier vor. 3 Minuten zu gehen. Ja, das war jetzt 3 Minuten. Das ist jetzt auch meine letzte Runde hier die Fahr. Entweder es passt oder nicht. Ups, da war die Mauer ein bisschen nah. Da ist auch der gute Louis Samet, glaube ich, gerade unterwegs gewesen. So, diesmal hier nicht über den Köpf fahren innen. Da mache ich über einen großen Bogen drum. Ja, das war jetzt auch der zweite Sektor, aber auch nicht. Boah, da komme ich ein bisschen weiter raus. Da kann ich jetzt noch einigermaßen was retten. Ordentlich. Nein, keine Verbesserung mehr. Schade. Ich dachte, wir können noch mal eine Verbesserung. Ja, aber sieht wohl nicht so aus. Platz. Oh mein Gott, ich sehe keinen Platz. 9. Puh, da sind wir gerade noch mal so durchgekommen. Aber mit 1,5 Sekunden Rückstand. Was macht denn der Duos 17? Den kann man sich ja gar nicht mehr verlassen in der WM. Ah, er ist das fette. Paris ist nur vierter. Naja, wollen wir mal gucken, was da jetzt noch so schönes passiert. Ja, und ich werde natürlich die Zeit simulieren lassen, da ich ja gerne das Qualify ein bisschen spannender haben möchte und nicht immer nur, dass die KI da irgendwie 5 Sekunden lang fährt auf einmal. Irgendwie die Hälfte der Fahrer. Und ja. Auf jeden Fall bis 5 Minuten. Also werde ich auf jeden Fall hier vorsimulieren lassen. Wow, 134,5. Heiliger Strohsack. Puh, na die haben wir da ordentliches Tempo. 134,5. Da wollen wir mal gucken, ob ich da noch was aus der Wundertüte rausholen kann hier. Und da? Ja. Alle hier. Da. Da. Ebenanny. Da, nach der Wunder. Und da. Der Wunder. Da geht's noch dazu. Na. 352,5. Da. Ebenanny. Da. Da, da. Ja, vielleicht ein bisschen zu wenig Käse verwendet hier auf der Graden. Das sollte schon passen. Eigentlich vielleicht ein bisschen mehr für den mittleren Teil. Ja, ich habe vergessen, den Flügel gerade aufzumachen. Und ich dachte, hm, geht der Flügel nicht von alleine auf? Ach nein, du musst halt den Knopf drücken. Oha, also das ist wirklich gerade schon hier so ein bisschen fighten mit dem Wagen. Ah, bloß drei Zehnte zurück. Uupser. Und, ah, vierter Platz. Damit bin ich allerdings sehr, sehr zufrieden. Vierter Platz. Also ich wollte auch bloß eine schnelle Runde fahren. Äh, weil wir müssen auch nochmal sicher gehen. Falls das Fette am Morgen doch recht schön sein sollte, man weiß es ja nicht. Ja, vierter Platz. Okay. Peres ist dritter, erstes Fette, zweiter Petrov. Kobayashi fünfter. Masa, Heidfeld, Alonso, Weber, Rosberg. Ja, und mein Ingenieur bleibt mir in meinem Hintergrund. Und wir werden auf jeden Fall fortsetzen gehen und ich trinke mal ganz schnell was jetzt, während der Ladebildschirm kommt. Ah ne, erst mal noch Fire. Was ist das denn für komischer Hintergrund? Ton? Hm, keine Ahnung. Benete Renn 72. Ah, ne.